endlich ist viola da und zwar ein paar leute haben es schon gesehen ich habe ich habe ein step rum gesendet an die leute die mich auf Snapchat haben und die wissen was viola hier für ein brett gesendet hat ich weiß nicht was da drin sein soll ich zeige euch mal passt mal auf junge was ist das junge das ding ist größer als ich fast das teil hier das lag die letzten zwei tage auf diesem stuhl drauf stuhl war nicht benutzbar ich gebe das paket so abholen ich denke da kommt jetzt hier so ein kleines paket wisst du wie boris gesendet hat so ein kleines paket was passiert ich ziehe hier sowas raus junge was ist das was soll da drin sein wirklich ich war absolut sparrungs gewesen und ich bin wirklich absolut gespannt was da drin sein wird wir gehen rein wir gehen rein oder wühler bist du aufgeregt oben stehe auf jeden fall drauf nicht mit etwas spitzen reinstechen aber hier so mit spitze von messer so ganz vorsichtig das tälerfilm weg machen das geht da runter da damit jetzt passieren da wird ja nichts passieren ich bin ganz vorsichtig ich bin ganz vorsichtig ich bin ganz ganz vorsichtig ganz ganz vorsichtig ist doch klar ist doch ganz klar lass einfach zu mach vorsichtig lass einfach zu ja kommt was für feldpaket was für feldpaket komm ich schicke das an absender zurück ich hab so keine ahnung mehr ich kann es jetzt nicht mehr lesen aber komm ich schicke das an absender zurück was soll das kommt weg damit wer schickt mir denn ein feldpaket wer ist denn so blöd und schickt mir ein feldpaket also echt was wird zugelassen das wird das wird einfach hier so wie es das verbrannt so wir machen hier an der seite auch mal kurz auf die leute es ist ein feldpaket ich weiß was da drin ist oder was hast du gemacht jetzt oben jetzt muss vorsichtig sein ok da ist offen hier ist auch auf der video da warst du da drin was hast du da reihe gemacht ey oder bist du bereit bitte machst dich kaputt ich hab ganz vorsichtig gemacht ich hab ganz vorsichtig gemacht ich bin dann nichts dran gekommen leute seid ihr bereit oder was soll ich das jetzt aufmachen viola was ist da drin was soll da drinnen sein was ist das was viola ey was ist das was ist das viola was hast du gemacht was was guckt es euch an er fliegt er fliegt er fliegt einfach hoch er fliegt er auch wie cool war das denn oh mein gott wie cool war das denn gewesen einfach ein pikachu ballon guck mal noch mehr noch mehr normale ballons ruhig jetzt fängt doch noch momo an viola ist da doch noch ein haufen drin oder was ist da doch noch ein haufen kein knoten künstler hier was sehe ich jetzt noch hat die black cloud hat einfach diese nähung nicht dann er immer immer für die beste party ne 90er party im club und so ein muss immer da seine so neon klingt lichter immer beste die welt nutzen die werden wir gut nutzen können die werden wir gut nutzen können habe ich bock drauf ey viola jetzt aber dankeschön jetzt schon mal vielen dank ist ja mega ist ja mega ey was ist das growing egg growing egg das kenne ich auch von damals so mickey maus heft und so also jetzt auf jeden fall dino drin also ist ein ei das war anscheinend wasser legen und dann schlüpft da dino raus ey mega mega ey das müssen wir auch irgendwie im stream machen ne so und jetzt guck ich auch in die mitte rein ne das ist sogar festgeklebt oh ey jo das hast du gerade in der mitte festgeklebt guckt es euch an for you for you warte mal das weißt du voll auf ich will euch einmal den boden zeigen von dem paket ey was hast du ja für eine mühe gemacht viola wow selbst hier was was guckt es euch an warte mal kann das hin guckt es euch an ganzer boden vollgeklebt mit happy birthday ganzer boden vollgeklebt happy birthday luftschlangen alles mögliche und hier einfach auch noch mal an der seite ey mega junge viola ey ich bin gespannt was ist da drin ey man kann doch nicht sehen man kann doch nicht sehen das kann ich doch zeigen hier das ist voll mit luftschlangen wir machen es auf ey viola was ist da jetzt drin warum werde ich dich jetzt gleich hassen ich bin gespannt oh guck mal animaik doch nicht ganz so dumm ich habe es hinbekommen ich habe scheife aufbekommen so etwas passiert hier jetzt was ist dass happy birthday to you lesen wir gleich was ist das denn aber einfach für mich ist ey ich glaube ich kann sich zeigen im stream oder jürgen viola was ist das einfach nicht durch kerzen duft kerzen dufttee lichter wtr wtr ich weiß auch nicht was die gerade los ist und patronen patronen kugel ganz viele so happy birthday happy birthday so dann zeigen wir hin alles gute zum geburtstag mike ein kleiner spaß am rande fürs richtige feeling nicht böse nehmen nicht meiner ungetragen ja ungetragen kann ja jeder sagen ey was dein ding ey viola ey wirklich das ist richtig richtig nice ey jungen der ballon der ballon einfach und hier die neon lichter aber hier das growing act das machen wir gleich noch das machen wir noch sofort ey ich will wissen was da rausschluckt ne vielen 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 lieben dank an viola an der stelle echt zweites fanpaket er hat mich wirklich mega mega gefreut ey viola kurz geht raus und ganz ganz viel liebe an viola wirklich hat mich sehr gefreut hat mich sehr gefreut vielen lieben dank vielen lieben dank mega mega einfach euch Blind prophetic und meine luck Das habt ihr gesehen einfach ein pikachu ballon Willkommen auf etwarer in ああ als B bis Vielen Dank.